und die frage haben wir natürlich für was trägt eigentlich führung verantwortung und die frage die wir haben wenn wir führungskräfte haben ja was macht ihr eigentlich sie sind verantwortlich für den erfolg des unternehmens sie sind verantwortlich für die innovative produktentwicklung für die zielerreichung natürlich sollen sie sich auch kümmern um die motivation der mitarbeiter leistungsbereitschaft leistungsfähigkeit also das sind alles die aufgabenfelder die für führungskräfte wichtig sind und die frage ist mit welchem erfolg sind die eigentlich in der heutigen zeit unterwegs und das ist eine ganz relevante frage weil wenn man sich eine untersuchung vom gallop institut mal anschaut ich glaube die meisten von ihnen und von euch kennen die grafik auch aber die zeigt dass wir seit 2001 macht es gallop institut eine befragung über die zufriedenheit oder die bindung von den mitarbeitern im unternehmen der wesentliche teil und das ist nämlich an diese man kann es nicht so genau in dem grünen erkennen pi mal daumen seit jahren sind das um die 70 prozent dass die mitarbeiter morgens zur arbeit kommt naja ich gehe arbeiten macht mehr oder weniger dienst nach vorschrift weil wir müssen ja von oben von irgendwas leben aber wie groß das seelische engagement und die innere bereitschaft ist das muss man hier in frage stellen die fragestellung die wir jetzt natürlich auch haben ist wer beantwortet eigentlich in welche welche relevanten fragen in unternehmen und da würde ich jetzt gerne mit ihnen ein stück weit interaktiv arbeiten und mal gemeinsam reflektieren wer beantwortet eigentlich welche fragen aus ihrer erfahrung heraus für die jährliche urlaubsplanung in jedem unternehmen wer beantwortet die relevante frage somit wer trägt verantwortung dafür wie die mitarbeiter ihre urlaube planen was ich sehe ist wir haben ein paar die sagen es sind die mitarbeiter die allermeisten sagen die urlaubsplanung wird von den teamleitern gemacht und wir haben sogar die einschätzung dass bei uns das heißt die urlaubsplanung für die mitarbeiter werden von der ist das was hat das wieder machst du die urlaubsplanung aber ich gebe vor woran sich die urlaubsplanung zu orientieren den rahmen dafür den rahmen und das ist das entscheidende und damit übernehme ich die verantwortung für den betrieblichen erfolg weil wenn meine bedingungen nicht stimmen wenn ich also das umfeld für gute planung begünstige mit mir so sagen dann dann trage ich die verantwortung weil ich habe entschieden der begriff hat mir noch gefehlt bei der frage beantworten es ist relativ schnell vom thema verantwortung kultur zum thema fehlerkultur gekommen zum thema vertrauenskultur was heißt denn dem wir hier vertrauen geschenkt dann was heißt oder wir haben überlegt es fängt von oben an was heißt in der reife geschäfts leitung führung inwiefern ist die vorbild bezüglich dieser dinge inwiefern übergibt sie auch die verantwortung dann sind wir auch beim thema werte und auch so nach dem fokus dass wir sagen wichtiger punkt für für uns als coaches danach zu fragen da auch vielleicht zu unterstützen bezüglich dem warum also guckt ihr eigentlich nach eurem warum also wir sind ja eben gemeinsam in einem verband oder überlegen vielleicht in diesem in unserem verband einzutreten dem dbvc und was ist denn auch hier unsere aufgabe also wenn wir sehen wie finden wir orientierung wie können wir uns gut aufstellen wie können wir uns hier im kollegenkreis vernetzen und also auch was ist die motivation also was war auch meine überlegung mit diesem thema wie fasse ich das eigentlich an und dazu brauchen wir aber auch vielleicht kollegialen austausch damit wir nicht alle nur in unserem eigenen saft unterwegs sind soziometrie sozusagen thema haben sie sicher oft erlebt auch in seminarkontexten oder so wo sie da irgendwie im raum positioniert werden zu irgendwelchen abfragen oder irgendwelchen befindlichkeiten also all das fußt schon auf diesen hintergrund daraus hat sich sowas abgeleitet eben tatsächlich dann auch im deutschen sprachen natürlich über bert hellinger im therapeutischen kontext und vor allem natürlich im familientherapeutischen setting und im systemischen familienkontext was ist der hintergrund auch da die begriffe sind vorher schon so nett ein paar mal gefallen sie haben gesprochen eines vorrednern vom das team gut aufstellen oder so oder die organisation aufstellen oder wie ist das aufgestellt wir verwenden im alltag tatsächlich spannenderweise sehr viele solche begriffe die eigentlich physikalisch räumliche begriffe sind also du stehst mir nahe oder da liegt was zwischen uns oder das problem steht da im raum oder du bist so weit weg oder was ist mir so abgewandt sind eigentlich ausdrücke für einen wenn man so will geometrische anordnung woher das auch immer kommt gibt es verschiedenste theorien ohne die da jetzt im detail auszuführen die wirklich schlüssigen antworten gibt es auch in der forschung noch nicht wirklich was da eigentlich in uns abgeht aber offensichtlich und sie kennen alle diesen spruch wir bilden uns diese innere landkarte einer äußeren wirklichkeit gilt offensichtlich auch für beziehungen das heißt wir bilden eigentlich eine beziehungsqualität räumlich in uns ab was aber jetzt der hintergrund ist natürlich dass das eine hoch emotionale und affektive methode ist weil wenn wir sagen wir bringen innere bilder nach außen dann braucht man sich nur irgend das szenario des konflikts und der beziehungskrise vorstellen wenn ich da zwei menschen nebeneinander in den raum stellen habe ich in der sekunde natürlich eine wunderschöne emotionale bühne eines inneren lebens der möglichen schrecklichen verquickungen und verstrickungen die dementsprechend natürlich auch emotionen ans tageslicht bringt die man erst einmal bis zu schön als dann bearbeiten muss und wieder neu vielleicht einordnen und sortieren muss was ja auch sinn und zweck der methode ist aber das ist natürlich jetzt schon an die frage des kontextes und da bin ich gleich weil ich schon mit einem kollegen in der pause gescherzt hat gleich polemisch zum start aus meiner sicht passiert hier am markt und dann hoffe ich dass ich da jetzt niemandem zu nahe dreht aber teilweise grob fahrlässige dinge weil teilweise und das ist ja auch generell die kritik die wir uns im coaching immer wieder gefallen lassen müssen coaching per se ist keine methode sondern ein setting hier wird teilweise eine methode am markt verkauft ohne setting und das meine ich mit grob fahrlässig also ich vergleiche das immer tragisch mit mit medizin weil wir da gerade an der medizinuniversität sind ein chirurg der mit einem skalpell auf der straße herum rennt und sagt sie schauen krank aus ich schneide sie mal auf was wir hier tun primär geht es in der systemischen struktur der umstellungsarbeit das heißt es geht wirklich nur um die grundelemente miteinander im sinn einer verbesserung einer optimierung aller beteiligten ist so schön heißt natürlich kann man auch und dort und da ist es auch notwendig in eine art prozessarbeit übergehen zu sagen da gibt es eine dialog sequenz oder da müssen informationen ausgetauscht werden oder irgendwie einmal stimmungen auch sichtbar gemacht werden oder entwicklungsschritte gemacht werden aber da ist halt die hohe kunst und die schwierigkeit dass man hier nicht anfangen den prozess laufen zu lassen methodisch weil sonst bin ich eigentlich in einer anderen methode nämlich dann im psychodrama oder im rollenspiel oder im was auch immer sondern in dem fall und das ist das schöne an dem format man kann hier sehr strukturiert abgehakt wenn man so will arbeiten nämlich ein bild nach dem anderen sich sozusagen sequenziell anzuschauen aber nicht als film da ablaufen zu lassen was nämlich auch schon den vorteil auch für die kundinnen hat es ist leichter nachvollziehbar und und für sich selber auch dann leichter nämlich zu verarbeiten weil ja teilweise schon auch stellvertretend für die kunden veränderungen und entwicklungsschritte einfach ja in diesem format gemacht werden wir sind jetzt hier beim zweiten dbvc sommercamp im jahr 2015 und neben mir steht michael tomaschek der kurz was zu seiner session gestern zur systemischen aufstellungsarbeit erzählt die aus meiner sicht unglaublich gut eingeschlagen hat bei den leuten vielleicht erzählst du kurz was du gemacht hast und was für dich so die die sinnleitenden punkte waren ja danke dass es angekommen ist die idee war den teilnehmerinnen und teilnehmern die struktur aufstellung ein bisschen näher zu bringen auch im vergleich zur allgemeinen systemischen aufstellung und vor allem dann spezifisch in dem kontext organisation und projektorganisation ein paar formate vorzustellen die im coaching vielleicht hilfreich sein könnten und wir hatten dann einfach auch das glück dass einige teilnehmer ein paar beispiel einbringen konnten die wir dann live aufgestellt haben und darüber reflektiert haben was das für den coaching kontext heißt welche formate man übertragen kann von den methoden her auch in der einzelarbeit oder in der arbeit mit teams und ich finde wenn coaches coaching eigenes berufsfeld sein soll diese diskussion gibt es ja dann gibt es eine klassische zuschreibung es ist dann etwas professions fähig wenn es einen relevanten bezug des menschen zur welt abbildet also arzt mensch und gesundheit jurist mensch und rechtswesen und dann wäre die frage was ist das coaching und ich sage es hat zwei dimensionen in denen wir mit denen wir uns befassen das ist mensch und berufslebenswege und das zweite ist mensch und organisationswelten und der bezug zueinander und die wechselwirkung zwischen den beiden dimensionen wenn wir da expertise entwickeln dann entwickeln wir uns als coaches in welcher arbeitsform in welchen settings wir das unternehmen anbieten das ist für mich eine ganz zweite frage also ich identifiziere coaching nicht mit einem setting und ich identifiziere coaching auch nicht mit einer bestimmten methodik sei es aufstellung sei es körperorientierung aufmerksamkeit was wir zurzeit haben oder mit einer bestimmten menschenbild und weltsicht wie gestalt coaching oder sonstwas ich identifiziere coaching auch nicht mit einer bestimmten personengruppe kundengruppe wie führungskräfte die ersten 100 tage oder mit einer bestimmten situation wie konflikt coaching mir ich persönlich wähle so dass coaching durch eine expertise definiert ist wofür wovon versteht jemand was wenn wir eine verlässliche kultur aufbauen würden auf die auf die sich viele berufen können dann können auch mittelmäßige guten job machen man braucht nicht überall artisten und es gebe ein verfahren das unsere gewohnheiten nähren würde und gewohnheiten sind im guten wie im schlechten das gegen mittel gegenüber komplexität und deswegen ist und es braucht einfach zeit auch gute gewohnheiten einzuschleifen und da muss man sehr viele sich häufig wiederholende einführungen machen und diese menschen die bei uns in den curricula zum beispiel kollegiale form der kollegialen beratung neue gewohnheiten entwickeln die kommen dann zurück in ihr unternehmen wenn das sehr kulturdifferent ist merken sie dass sie dort wenn sie versuchen das umzusetzen kriegen sie nicht die komplementären reaktionen und dann gehen in die flügel runter das heißt damit diese leute nicht überlastet sind versuchen wir was dafür zu tun wie die menschen die bei uns lernen gleichzeitig protagonisten von sich einschleifenden lernprozessen in der organisation sein können das heißt sie kriegen von uns drehbücher also wie kann man sowas machen die kriegen know how wie kann ich von meiner rolle mit meinen möglichkeiten wo ansetzend etwas zu einer lernkultur entwicklung der organisation beitragen und wen brauche ich im boot so dass ich mich auch nicht übernehme in der begeisterung und dann irgendwo was anzettel was eine zeitlang ein strohfeuer auslöst und dann wieder in sich zusammen stürzt und das haben wir ja einfach oft genug also von daher sind wir daran interessiert erstens kleine feuerchen zu machen und die ganzen langsam auszubauen so wie auch der nachschub an brennmaterial geleistet werden kann also das was ich betrachten werde dieses praktische projekt wird in england stattfinden oder hat er stattgefunden und ich habe dabei so sechs ebenen perspektiven level heißt ja so einerseits ebene andererseits aber stufe auch betrachtet erst mal die management und führungsebene spielt eine rolle letztlich hierarchie oder wie hängen dinge über verschiedene vertikale zusammenhänge miteinander zusammen dann die kulturebene deutschland england spielt eine große rolle die ja die deutsch britische geschichte hat ja die einen oder anderen kratzer auch gekriegt das wird man in dem projekt merken dann die organisationsebene da geht es darum da arbeite ich mit einem konzept der systemdynamiken um mir eine organisation vertraut zu machen das werde ich auch noch zeigen da was das bedeutet dann mal auf die andere seite gesprungen muss mir so um das coaching geht wird über coaching vertragsebenen sprechen vielleicht ich habe es jetzt nicht gesagt aber ich bin ein transaktions analytiker da ist dieses vertragsthema ein sehr wichtiges dann über interventionsebenen also spezielle interventionen die man auch machen kann die eine rolle spielen da aus auszugsweise was ich da gerne gemacht habe in diesem projekt und dann auch noch mal was interessantes was auch sehr provozierend glaube ich ist auf der personenebene mit diesem konzept der persönlichen reife gerade zu arbeiten was habe ich noch gemacht systemische organisations analyse also systemdynamik genutzt da arbeite ich mit so einem system von von zehn dynamiken insgesamt habe aber hierbei nur die erste man kann den strich nur ganz dünn sehen da die ersten sechs genommen also ich schaue mir eine organisation nach zehn perspektiven würde man sagen da an wo was wie ist die aufmerksamkeit in der organisation womit beschäftigen die leute sich wirklich machen die das was sie machen sollen oder macht jeder irgendwie was er denkt oder beschäftigen sich montags nur mit den ergebnissen der fußballspiele in liverpool gibt zwei vereine muss man wissen die roten und die blauen die liverpooler und die erwarten und das geht mitten durch die stadt ist und parkt in den beiden trennen quasi und meine beiden werkleiter war natürlich auch 50 50 verteilt auf beide vereine und so und da konnte man natürlich auch sich viel mit beschäftigen also attention wo ist die aufmerksamkeit der leute aufmerksamkeit kostet geld wenn ich mich einen halben tag mit einem bestimmten thema befasse kostet das geld und wenn das hier waren 120 leute in der fabrik und wenn die das alle machen so im schnitt eine stunde am tag oder sowas dann ist das 100 120 mal der stundenlohn eines eines tages wobei die stundenlöhne da schlechter waren als in deutschland das by the way dann das rollenthema war ja hier sehr zentral aus meiner meiner sicht was macht ein werkleiter was macht ein schichtführer was macht was ist aufgabe der operator was ist aufgabe der engineers das festzulegen und zurecht zu rütteln rita hat es ja gestern schon mal gesagt man kriegt ja nie 100 prozent hin aber so eine kernprägnanz für die die was ist der kern der rolle und was gehört dann zum beispiel das aufheben von irgendwas gehört nicht zur aufgabe des werkleiters oder eine palette geradezu rücken so so schön und modell hat er immer gedacht er ist ein wunderbares modell für die anderen wenn er das jetzt macht sage ich aber gibt doch andere lernformen als modell lernen und das funktioniert dann nicht also diese rollengeschichte war war sehr zentral so jetzt wäre mein vorschlag ein bisschen in bewegung zu kommen also ich habe im grunde drei angebote für euch und zwar ist das erste angebot sich mit diesem thema der hypothesen zu befassen hypothesen bildung und da habe ich noch mal das ein bisschen ausführlicher als ich es da getan habe diese förderlichen und gewohnheitshypothesen oder sowas die damals erarbeitet worden sind so ein bisschen mit meiner eigenen aufbereitung da zusammen gefasst also da mal zu gucken was kann habe ich im moment coaching klienten können ja ruhig auch mal bei euren eigenen gucken wo eine bestimmte hypothesen bildung eher so gewohnheit ist oder was wäre eine sinnvolle andere hypothesen bildung die ich vielleicht vornehmen kann wenn man die liste so vor sich sieht ist das ganz spannend was alles an hypothesen möglichkeiten auch gibt die zweite geschichte ist das mit den systemdynamiken da habe ich ein arbeitsblatt wo es darum geht also mal zu gucken da könnt ihr schauen also das mit dem attention rolls und so weiter also diese sechs systemdynamiken die da auf dem blatt dann aufgemalt waren mal zu schauen also habe ich eine organisation wo das mir vielleicht helfen könnte mit der ich arbeite vielleicht vom praktischen her wenn man sich schon auf die erste dimension der aufmerksamkeit konzentriert da kriegt man oft schon eine menge raus also wenn ich meine organisation mal so betrachte wo sind wo ist eigentlich die haupt aufmerksamkeit der leute und wo sollte sie sein und ihr dritte angebot sind diese psychologischen reifegrade psychologische reifegrade die wo ich auch das noch mal ein bisschen ausgeführt habe also dann so eine beschreibung dann was diese einzelnen e3 bis e8 da auch kennzeichnet und vielleicht habt ihr lust dann auch mal zu gucken der ein oder andere dann in der kleinen gruppe habe ich coaching klienten wo würde ich die denn wenn ich das mal nehme würde ich die denn einordnen was brauchen die eigentlich für eine entwicklung brauchen die eine unterstützung sagen wir mal von von e5 na 6 oder sowas was was frage ich da und eine interessante frage ist auch was man vielleicht auch machen kann ja wir haben uns mit den reifegraden beschäftigt und es war erstmal noch mal so die herangehensweise dass wir uns diese phasen noch mal angeguckt haben und sagen ja was machen wir denn jetzt damit und wie stellen wir das denn fest und haben uns dann entschieden einen praxisfall mal zu nehmen einen geschäftsführer in dem fall den zu beschreiben und die kollegen haben gefragt wie ist denn jetzt um dann den erstmal einzuteilen in welcher phase und was könnte da auch hilfreich sein in die in den die nächste phase zu bekommen gleichzeitig haben wir uns gefragt reifegrad auf der personen ebene aber auch reifegrad der organisation welche typen produziert oder welches reifegrad ist da auch im grunde im grunde da förderlich oder produziert das system auch weil du ja auch gesagt hast inwieweit ist er da auf einer anderen ebene wenn er weiß jetzt will ich das unternehmen verlassen weil ich hier nicht mehr zu passe war auch noch mal sehr inspiriert und auch noch mal so erweiternd um auf neue interventionen zu kommen wozu führung im 21 jahrhundert aber ich denke in der tat dass wir gerade miterleben zumindest wir in unseren unternehmen und im dialog mit vielen anderen dass sich dieses thema führung wandelt vom verständnis her von der haltung her grundsätzlich und es ist ja auch sehr spannend alleine wenn man sich anschaut jetzt diese beiden tage sommercamp und noch vier andere veranstaltungen laufen in schudda lief mindful leadership in berlin läuft vom dgfp leadership revolution was ich unglaublich spannend finde ja weil dgfp so konservativ entschuldigung so schätze ich die halt ein wie die sind machen gleich revolution draus dann das thema führungsautorität in heidelberg also die kongresse häufen sich gerade massiv die themen häufen sich es wird ganz viel drüber publiziert und ich glaube das steht einfach im raum dieses thema was waren die ergebnisse zur frage was sind die voraussetzungen für interne und externe coaches bin mir gar nicht mehr sicher carol haben wir das getrennt gefragt oder ist das in einem und das ist intern ja okay also ganz häufig natürlich wurde das thema coaching weiterbildung genannt oder zertifizierte coaching weiterbildung ganz oft wurde auch genannt psychologie studium mit abschluss oder coaching und berater kompetenzen wissen über das unternehmen die branche wurde als wichtig benannt erfahrung als trainer und coach dann hohe soziale und persönliche kompetenz wir kommen da später noch mal drauf einige unternehmen haben ein richtiges verfahren wo man sich bewerben muss als interner coach und das ist ziemlich ähnlich dem extern machen die machen da gar keinen unterschied manche haben noch mal gesagt führungserfahrung wäre wichtig systemischer beratungsansatz empfehlung wurde auch genommen expertise in hr und führungskräfteentwicklung rollenverständnis mindestens 30 jahre als aber auch ein thema und bereits schafft eine coaching am weiterbildung zu absolvieren also für mich ist das wichtigste beim thema internes coaching dass wir die zwei perspektiven haben wir sehen das so die eine perspektive ist dieses thema der interne coach der auch in dieser rolle arbeitet aber eben auch die führungskraft die in dieser teilrolle des coaches ist es kann ja immer nur eine teilrolle von führung sein und das finde ich ganz ganz wichtig darauf zu schauen wo entwickelt sich der trend wo geht der trend hin ganz sicherlich einmal zum thema mehr internes coaching weil wir kulturveränderungen dadurch auch erreichen weil es ein mehrwert ist für die mitarbeiter für die persönliche entwicklung und so weiter und eben auch in der führungsarbeit glaube ich ein wichtiges mehr an wert die die führungskraft schaffen kann wenn sie diese rolle auch einnimmt ich habe aus dem vortrag ja auch gesehen du hast dich bezogen auf einen artikel von gary hamel und das ist ja auch fortgeführt auf heuer sozusagen wie muss ich führung ein stück weit ändern wenn du es wenn du es ein stück weit zusammenbringst was ist der wichtigste faktor auf die wichtigsten änderungen die wir uns gerade anschauen müssen also aus meiner sicht hat es ganz viel mit den gesellschaftlichen entwicklungen zu tun dass eben das thema auf augenhöhe miteinander reden ganz wichtig ist das ist die eine facette die andere das hat auch mit den gesellschaftlichen entwicklung zu tun ist dass dieser rollen imperativ verloren geht also so sehen wir das dass eben jemand der jetzt vorstand ist geschäftsführer professor nicht einfach deswegen weil er in dieser rolle ist akzeptiert wird sondern dass man sehr genau prüft welchen mehrwert schafft die person für mich und wie kann ich mit ihren dialog treten immer wieder auf augenhöhe MOR 그러면 bitte wir können wir wollen willkommen